So, hey und willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ich habe aus Versehen den Typen schon mal angesprochen, das war jetzt nicht mit Absicht. Ich habe nur vergessen auf den Aufnahmebutton zu hämmern. Die Probe wird hart. Na dann, ich weiß, dass die Probe hart wird. Und das ist genau der Teil, den ich am meisten in dem ganzen Spiel fürchte, weil ich daran scheitere, glaube ich. Richtig, zerschlage. Ich hasse solche Zeitsachen. Wenn ich auf Zeit irgendwo arbeiten muss, wird das gar nicht gut. Darum... Na, zwar finde ich doch das Fass. Okay, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Das erste ist relativ easy. So, eigentlich kommt noch ein Haus raus. Boah, sieht doch gut aus. Noch ein Fass? Ne, auf der Seite nicht. Oh, zwei, eins. Geschafft. Wie? Zeitser da oben. Ich habe das doch noch geschafft. Hallo, ich habe das doch... Hm, 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 hm. Hm, nicht aufregen. Ganze nochmal von vorne. Das sah so gut aus. Das sah wirklich gut aus. Das muss man nicht sagen. Oh, das ist... Das... 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 Was ist das? Nein! Na, so wird das schon mal gar nichts. Das, das sehe ich jetzt schon. Das wird so nichts. Ne, das wird nichts. Das war's. Das hätte ich nicht... Das hätte ich nicht... Ne, das war's. Daher hätte ich nichts rausreißen können. Ich darf da nicht runterfallen bei dem Teil. Nein, ich gebe nicht auf. Ich schaff das. Zack. Zack. Oh, gut abgehauen. Zack. Sehr schön. Was häng ich da? Mist. Die da. Ja, sehr gut. Und, sehr schön. Ich schaff nur noch die beiden Fässer. Und da werden wir jetzt einfach rüberlangen. Und zack. Ja. Uh. Nicht schlecht. Im Endeffekt habe ich es doch noch geschafft. Oh nein. Und das ist genau das, was mich am meisten anbelangt. So. Gucken wir uns jetzt mal die Karte hier hinten an. Und da sind vier Fässer. Ach, die Fässer auch nicht so gut. Ja, gut. Ich sollte vielleicht immer an meinem Links arbeiten. An meinen Abilities. Ich weiß nicht. Irgendwie. Oder jetzt ist ja dieser Volator. Ja, ja. Volator denke ich, kunst es wie was anderes. Aber das ist diese komische... Seht ihr, diese Reinspringen... Ich drehe mich mal um die eigene Achse. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Ähm. Okay. Da geht es. Okay, da sind wir da. Und. Gut. Aber in alle Fälle haben wir jetzt nochmal gecheckt. Vorne wissen wir ja, was abgeht. Und das muss im Prinzip da rüber gebrochen werden. Wieso ich das noch schaffe, wenn ich meine Angst habe. Ich glaube, das ist das, wo ich am meisten dran scheitere. Mit diesem Level. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Das ist schwer. Aber gut. Jetzt gehen wir mal den regulären Weg. Hoffe ich mal. Ich muss jetzt mal meine eigene Strategie wiederfinden. Ewig. Na, das war jetzt nicht so. Ich hätte mich jetzt gleich auch die werfen können. Oh, die drei können kochen. Nein, schon zerstört. Sehr schön. Äh, das Fass sollte ich eher in Richtung nach vorne. Oh, Anvisieren ist da sehr, sehr vorteilhaft. Ja, wenn ich nicht runterfalle. Anvisieren lebt das schon. Das ist gut. Insofern ist gut zu wissen, meine ich. Ich kann schon. Ich muss nur noch das, das da, genau das da rüberwerfen. Und verfehlt. Gratuliere. Toll. Okay, das ist fast eher zerstört, als es uns denkt. Es ist flink. Und die Zeit ist leider oben. Aber wir sind schon bei 20. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt arbeiten wir uns langsam nach oben. Ganz langsam. Finde ich aber gut. Ja, jetzt treffe ich es automatisch. Das ist sehr gut. Anvisieren. Deswegen sind die alle nicht. Nee, auch nicht. Egal. Ein Fass. Wir haben gerade zwei zerstört. Mit einem Schuss. Und ein Zock. Ich glaube, ich bin doch ein Fass nicht mehr. Gut. Anvisiert. Was ist da? Oh, wieder zwei weitere. Ja, das geht doch. Jetzt hänge ich hier immer fest. Wie so, 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 so. Faultier. Richtig. Faultiere hängen doch. Das ist gut. So, abgerollt. Dann noch ein Fass. So, jetzt mal ein Spezialschuss. Nee, kann ich. Kann ich ja. Ja. Da bin ich versaut. Wo ist das Fass da oben hin? Seht ihr das? Das Fass ist weg. Und das hätte so gut enden können. Nein, wir geben nicht auf. Wir sind allen schlechter als vorher. Also, wir müssen uns jetzt wieder ranhalten. Die Regen sind einfach. Hm. Sind sie auch. So, das zu schaffen ist schwierig. So. Jetzt machen wir das auf. Wieder das. Sehr schön. Sehr schön. Ich frage mich trotzdem immer noch, wie das Fass ist. Nein. Wie das Fass da oben verschluckt ist. Ist gar nicht gut. Ich bin da. Ich schaue gerne mit. Nein. Man. Du kannst ja auch so lange runterfallen. Das geht voll auf die Zeit irgendwie. Wo sie zählen. Ich schaue das jetzt mal. Nee. Ganz weit weg. Eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr weiter zu machen. Wenn ich diesen Einschissschuss nicht schaffe, dann... Ach, genau. Ah, wir haben schon oft wieder verlebt. Wir sind schon weiter vorangeguckt. Wir sind bei 22.25. Wir nähern uns dem Ziel. Wir nähern uns wirklich dem Ziel. Ich denke... Ja. Das sollte ich jetzt eigentlich hinhauen. Gut. Wow. Ja, sehr schön, weil sie zerrstimmt. Oh, noch zwei Watterwürgen. Zwei weniger. Sehr schön. Aber Zievers habe ich auch nicht geklappt. Na komm, du darfst das jetzt nicht verfehlen. Ja, super. Das war aber mal so ganz weit weg. Dafür treffe ich das instant. Geht gar nicht. Okay, das war es eigentlich im Prinzip. Mehr kann ich... Also, ich muss nur noch das da oben üben. Und das werde ich dann aufscreen machen für euch. Wir sehen uns, bis dann.